Artur Sobich ist ein polnischer Fußballspieler. Karriere Artur Sobich begann mit dem Fußballspielen in seiner Geburtsstadt bei Grunwald Rudalaska. 2006 wechselte er im Alter von 16 Jahren in die Jugendabteilung von Ruch Czorso. Hier spielte er in der Saison 2007-08 in der Emloda Extra Klasa, in der die zweiten Mannschaften aller Erstligisten gegeneinander antreten. In 26 Spielen erzielte er 16 Tore und wechselte in der folgenden Saison in die Profimannschaft. In zwei Spielzeiten bei Ruch Czorso absolvierte Sobich 47 Partien und erzielte zwölf Tore. Zehn davon in der Saison 2019-Tel. Sein Debüt in der höchsten polnischen Spielklasse gab der Stürmer am 10. August 2008 im Auswärtsspiel gegen Gornik Zabje. Dabei wechselte ihn Ruch-Trainer Duschan Radolski Sobich in der 90. Minute für Marcins Ajas ein. 2009 erreichte er mit dem Team das Finale um den Puchapolski, dem nationalen Pokal. Im Endspiel scheiterte der Klub dann aber an Lechposen. In der Finalbegegnung wurde Sobich zur 55. Minute für Marcin Nowacki eingewechselt, konnte die Niederlage aber auch nicht mehr abwenden. Polonia Warschau zur Saison 2010-11 wurde er für eine Ablösesumme von einer Million Euro von Polonia Warschau verpflichtet. Bis heute ist es die höchste Ablösesumme, die zwischen zwei polnischen Teams gezahlt wurde. Am 6. August 2010 debütierte er dann im Spiel gegen Gornik Zabje, als er in der 46. Spielminute für Daniel Gulebiewski eingewechselt wurde. In Warschau entwickelte sich Sobich daraufhin schnell zum Stammspieler und erzielte in seinen 27 Spielen für Polonia insgesamt neun Tore. Zur Saison 2011-12 wechselte Sobich zum deutschen Bundesligisten Hannover 96, für den er am 18. September 2011 beim 2-1-Sieg im Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit Einwechslung in der 83. Spielminute für Jan Schlaudraff debütierte und in der Nachspielzeit wegen groben Foulspiels mit der roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Dies ist der schnellste direkte Platzverweis eines Debutanten in der Geschichte der Bundesliga. Sein erstes Tor für Hannover 96 schoss er am 15. Dezember 2011 im letzten Spiel der UEFA Europa League Gruppenphase gegen Wars Club Holtewe. Sein erstes Bundesliga-Tor erzielte er am 11. Februar 2012 gegen den 1. FSV Mainz 05. Wenige Tage später, am 16. Februar, verschaffte er 96 im Hinspiel der UEFA Europa League Zwischenrunde eine gute Ausgangsposition. Im Heimspiel glich er gegen den FC Brügge den vorherigen Rückstand durch sein Tor zum 1 zu 1 aus und holte dann den Elfmeter. Der zum Siegtreffer durch Jan Schlaudraff führte. In der polnischen Nationalmannschaft debütierte Arthur Sobich am 29. Mai 2010 bei einem Freundschaftsspiel gegen Finnland. Bei dem 0 zu 0 wurde der Angreifer vom Nationaltrainer Franzis Zexmuda in der 89. Minute für Irenaeus Jelen eingewechselt. Zuvor wurde Sobich bereits in den Kader der U21 des Landes berufen. Sein erstes Länderspiel-Tor erzielte Sobich am 22. Mai 2012 beim 1 zu 0 Testspiel-Erfolg gegen Lettland. Er nahm an der Fußball-Europameisterschaft 2012 im eigenen Land teil, kam jedoch zu keinem Spieleinsatz. Privates Sobich ist mit der polnischen Handballspielerin Bognadibul, die 30 U21 Länderspiele für Polen machte und seit 2012 beim SVG Zelle in der Bundesliga spielt zusammen Erfolge polnischer Jugendmeister mit Ruch Czorso 2009.